...überwinder der Welträume, den hohlos eilenden Fremdling aus der Ecke des Raumes, den metallisch schimmernden Sumpfer der Wahrheit. Seht meinen Hero, der den Menschen immer bekannt sein wird als der galaktische Silver Surfer. Ich habe ihn geschaffen. Ich, Galactus, der Planeten vernichte. Und damit du dich im Raum legen kannst, Silver Surfer, schaffe ich Galactus, für ein unzerstörbares, fliegendes Brennen, das dich durch den unendlichen Kosmos tragen wird, hin zu den fahrungswilligen Sirenen der hinteren Milchstraße. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Thank you.